hallo willkommen beim wohnhotre golf ein offener körper im treffmoment das macht das ganze so viel einfacher ich werfe jetzt ein paar bälle in diese offene position brauche ich nur meine arme zum ziel zu schwingen ich brauchte nicht zu manipulieren mit meinen händen oder durch rotieren das war einfach so mit den armen getan so offene stellung und das ist das thema für heute wie kriege ich das hin die meisten körper werden in diesem fall an die hüfte denken ich muss die hüfte öffnen aber es ist oft so und es gibt mehrere gründe dafür dass irgendwo während des abschwunges die hüfte stoppen und du weißt dann was dann passiert dann arbeitet man mit den händen und arm man muss sonst kriegt man den ball nicht gerade nur wenn du viel an deine hüfte gearbeitet hast an die drehung an eine fließende drehung und es klappt bei dir nicht dann möchte ich dir helfen du brauchst nicht unbedingt an deine hüfte zu denken du kannst auch an dein oberkörper denken an deine brust an die linke schulter wenn du rechshänder bist so was ich damit meine ist nachdem ich den schwung so gestartet habe meine hände haben sich zu einem punkt zwischen ball und füßen bewegt dann ist es absolut okay wenn ich aussichtlich an meine brust denke ich muss wie früher vorhin gesagt gucken dass mein kopf vorne bleibt und hinten hinten ich drehe jetzt meine brust meine linke schulter kommt ganz hoch ich habe jetzt nur an mein unterkörper gedacht und schau mal wie offen meine hüfte sind so kriege ich eine sehr offene körperposition und wenn ich jetzt nur daran denke mich jetzt öffnen dann merke ich dass ich sehr gut da durch den ball kommen ich habe übrigens den 1 7 jetzt und du wirst merken dann wahrscheinlich plötzlich wirst du die hüfte drehen und du wirst sie ein bisschen gepusht und du wirst sie fließend drehen ohne zu stoppen falls du ein handicap um die 20 oder besser hast und gerne unter 10 kommen möchte es also einstellig werden möchte es dann gehe mal bitte zu meinem kanal einstellig golf unten ist ein link dort mache ich was ziemlich besonders ich mache tägliches training für diesen monat ansonsten viel viel spaß beim öffnen ich weiß dass es dir gefallen wird